Fertig? Jo! Ihr seid gerade am Fressen wieder, ne? Standard-Ding. Ja, ich trinke ein Bier. Prost! Kann ich auf den Vorlesestuhl bitte? Achso, ja, Moment. Ich stehe auf. Damit setze ich mich hier hin. Deine Brüste wackeln. Sekunde, ich habe erst mal Durst. So, jetzt. Achtung, Hildegards. Neun Seiten. Okay, warte. Was macht er denn? Ich bin nebenberuflich Türentester. Wenn ihr mich findet, seid ihr gut. Moment. Verdammt! Hinter den Bergen. Bei den sieben Zwergen. Ich hoffe ihr habt trinken eingepackt. Was? Nix. Aber ich kann schon den Gipfel sehen. Damit ich dann den nächsten Gipfel sehen kann. Wahrscheinlich. Oh Mist, da geht es weiter hoch. Ich wusste nicht, dass wir noch die Tuchspitze überqueren müssen, ne? Nach Ihnen. Au! Oh mein Gott. Autsch. Das Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann aber nicht genau sagen, woher. Oha, da ist jemand drin. Ist das der uralte Onkel? Herzlich willkommen. Oh mein Gott, was passiert hier? Willkommen, fremde meinen 10 FPS Haus. Oh junger Mann, du siehst aus wie jemand, den ich schon... Oh mein Gott. Warte. Du siehst aus wie jemand, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Wenn du mir alle 36 Cheeseburger gibst, dann erhältst du meine letzten 8 Diamanten. Okay? Viel Spaß beim Suchen, die sind im ganzen Haus verteilt. Ach echt Leute? Ja. Hast du das echt nachgebracht? Ja, voll gut. Ja, das ist das gleiche wie du bei Time und auch auf dem Server gehabt hast. Ah ja, genau, genau, genau. Ja, geil. Viel Spaß beim Suchen. Kannst ja oben anfangen. Sehr schockt. 8 Cheeseburger möchte der gute Herr. Nein, 32. Ach, 32. Ach, 32. 36. Ach, Diamanten gibt's, ne? 36, genau. 36 Cheeseburger waren's. Okay, 2 hab ich. Wow. Das war ne Aufgabe. Die einen hungrig macht. Ich hoffe, ich esse kein Feuer auch. Ja, ich geh mal lieber weg. Ich hab ein Messer. Au! Spinnst du? Au! Schöne Terrasse auf jeden Fall. Oh, hier oben ist ein schönes Bett. Bücher. Nach unten ging's glaub ich auch noch, oder? Oh mein Gott. Ich glaub, dieser Mann hatte ein Ordnungsproblem. Warum hat er so viele Sachen, wo er Sachen verstauen kann? Ja, da hatte wohl jemand Spaß. An der Ordnung. Ja. Oh. Ein TNT, äh, ein TNT, ein Creeper-Modell. Heieieiei. Oh, hier sind ja noch mehr Kisten. Ach, du Heilige. Es war übrigens übelst die Freude, da die ganzen Dinger zu befüllen. Glaub ich. Warte, wir gehen runter. Wie viele Etagen hat das Haus? Oh mein Gott. Es hat genau die Anzahl an Kellergebäuden oder Kellerräumen, wo es auch hat. Okay. Okay, 22 Cheeseburger. Oh, Walter hast es geschafft. Es sind ja nur noch 38 Etagen. Naaaaaaaaaaaah. Ja, irgendwann unten sind glaub ich die Kisten auch leer. Ach so, keinen Bock mehr gehabt da. Ja. Blumen. Die grüne Etage, ja. Ah, deswegen war die grünen? Warte. ich glaube wie viel sollte ich noch mal finden 36 sind noch zwei etagen stunden später ich merke schon und die unterste etage 33 34 2 noch ja ich glaube die habe ich bestimmt übersehen und ich habe zwei ich hab sie hier in der ecke oh man ist das eine gemeine kiste das sieht einfach aus wieder nachtschrank wie wichtig denn einfach alle drücken bitteschön oder hat vergangenheit kommt das inventar nicht sortiert dankeschön in meinen letzten diamanten ich habe acht diamanten die ganze kohle und erde 3 das geht unendlich 36 krass sind einfach alle gegessen kann man die irgendwie pulverisieren und schnupfen oder so wäre geil auf jeden fall aber schon witzig so mit dem haus auf jeden fall ja also ich persönlich hatte den gedanken es gab ja nie einen abschluss weil einfach die eine hälfte dann nicht mehr da war aber wir müssen auf jeden fall noch in sonnenuntergang reichen mit pferden ich hole schon mal ein sattel also ein sattel hinter dir ist ein sattel ich hab da schon einen sattel aber das pferd hat keinen bock auf mich hallo geht das nur im überlebensmodus ne es geht auch im kreativ muss ich nur draufsetzen ja draufsetzen rechtsklicken ja aber da war nicht vorher gehabt das ist ja voll gut weil die halt leider immer nicht das wasser können warum ist denn zu schnell mein mein verlagergaul und gedrückt halten dann geht es ab das war das problem ja genau deswegen hat man keine pferde jetzt setz ich da drauf dann wieder in die richtung noch mal draufsetzen dann ich sag ich hab voll den aggergaul ey das ist einfach voll langsam ich drück mir nicht mal steuerung ich auch nicht jetzt einfach ein esel genommen woher und und und